Nun, dieser kleine Grinsebub da mit der motorisierten Ente, Schwan, whatever, ist hier auch im letzten Part ein wenig, wie soll man sagen, begeisternd in der Vorführungsweise seiner Schwertkunst gewesen. Ich kenne da auch eine Prinzessin, mit der er durchaus seinen Spaß haben könnte, wobei nur einmal, müsste man dazu sagen, stellt sich die Frage, ob die Schwertabfrage funktioniert. Egal, in diesem Fall wollen wir unser eigentliches Ziel nicht aus den Augen verlieren, was wir eigentlich im letzten Part machen wollten, denn wir wollten in den königlichen Garten und unter einem Baum sitzen und ein gewisses Satzl aufsagen und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Edda's Quest. Diese Quest, die wir im Garten ausführen sollen, werden uns jetzt auch mal ein wenig zu Gemüte führen. Mal gucken, die Frucht können wir nicht ansprechen, anscheinend. Und so wirklich viel gibt es ja eigentlich nicht. Okay, dann gucken wir uns doch von den Baum an. Der größte Baum hier ist, muss der Hauptattraktion sein. Und, well, auch ein Baum zu einem Baumspirit, wahrscheinlich. So viel zur seitlichen Werbung. Und darum gucken wir uns jetzt mal an, ob wir mit dem Geist in diesem Baum Kontakt aufnehmen können und schauen uns das mal an. Also, für Cindy. Ahem. Shiver and quiver, my little tree, silver and gold, throw down over me. But, only if that's okay with you, Miss... tree spirit? Hmm... well, I did think it was a little... what? Oh, wow! Hello there! Uh, if you don't have a dress, it's okay. I just thought, you know, thought I'd give it a shot. Oh, thank you so much! Thank you, Miss... uh, tree spirit? Oh, hold on. This dress is way too big for me. This is more like pajamas. Miss... Miss tree spirit? By any chance, do you have another one there in a kid's size? Maybe? Hmm... I guess that's a no. Hm... Na gut, wir haben einen spendablen Baumgeist gefunden, der etwas wortkarg ist, leider. Aber gut, wir gehen ja jetzt mal zu jemandem, der garantiert mit Nadel und Faden umgehen kann. Und nein, es ist nicht, Lilly. Wir gehen zu Cindy. Mal schauen, ob sie ihre Nadel genauso kunstvoll schwingen kann, wie er sein Schwert es glaubt, schwingen zu können. Na gut, gucken wir mal. Ah ja, genau. Der Narr war hier. Gehen wir uns mal ein kleid zu Cindy. Gucken wir, was sie machen kann. Das wird nicht funktionieren. Ähm, sorry, dass du dich beschäftigen, Cindy. Nicht überhaupt, Lena. Was kann ich dir mit helfen? Ich hätte besser gehen können. Keine Probleme überhaupt. Well, das ist verrückt. Es ist eine wunderschöne Wäsche, mit puffen Schäumen und einem großen goldigen Bruch und alles. Das nur was ist, ist es für mich zu groß. Für mich. Für mich. Hm. Können wir irgendwie das in der Wäsche eingehen lassen? Oder irgendwie so ähnlich? Ich bin mir da nicht sicher. Oder selber schneiden? Das würde nicht so gut sein, ich denke. Witz. Meine Herren. Bisschen mehr Kreativität. Wobei, so weit ist es mit der Kreativität da nicht geholt. Aber, hm. Hm. Okay. Hm. Hm. Jetzt stand er nicht nur dumm da, jetzt stand er da wie doof, ne? Hm. Wen könnten wir jetzt mit dem Kleid... Also, ich weiß ja. Ich weiß ja, dass das Kleid in... Ja, sozusagen in diversen Screenshots vorkommt. Ich nehme mal stark an, dass es dasselbe Kleid ist. Aber... Pfff. Wie kriegen wir das jetzt klein? Der Ofen ist ja keine Wäsche. Keine Wäsche, dass dieses Zimmer so hauert und muggig ist. Oh. Oh. Cindy ist es für die Kreativität. Ich würde sie da lassen. Oh. Okay. Der Nare. Könntest du dich da mal ein bisschen verziehen? Ich weiß nicht, du störst mit der Gepart. Hey, Frau. Was ist auf der Geist? Hm. Äh, lass dich da mal arbeiten. Anderer Platz. Äh. Tauben in Turm? Butler in der Empfangshalle? Wo sind die Twills dazu gekommen? Okay, gucken wir mal in den Tauben. Pigeon. Ha. Die Publikum, die nicht kritisiert. Du weißt was? Ich mag deine Gedanken. Oh doch, sie können kritisieren. Ziemlich eindeutig. Mhm. Bin mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Moment. Tür. Taubenturm. Seht ihr die Begeisterung in den Augen dieser Taube? Oh ne, okay, okay. Ähm. Genug von dem? Hm. Tür? Ja, Anna? Es ist ja das, wo ich hinwollte. Da ist eine Waschmaschine, also, beziehungsweise, eine Waschmöglichkeit, womit man Kleider eingehen lassen kann. Man. Warum? Und warum ist im ersten Stock? Hm. Ah, Mensch. Hm. Hm. Quatsch nicht mit dem Butler. Vielleicht hat der irgendwas Interessantes zu sagen. Ach, du wieder. Ich hoffe, du hast mir gesagt, dass du jetzt die korrekte Taube haben. Hm, ja, Bekleidung hab ich schonmal. Ähm. Blumenmädchenzeug? Weißt du, etwas über Janikas Verschwinden? Do you happen to know anything about Janikas Disappearance? Oh, shh, na, shh, just, no, 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 no. Ähm, are you okay? Do you need some water or something? You are the one in need, in need of some restraint. But no, I know nothing. And you should be smart and stop asking about her from now on. Oh, oh, she's trying to make everyone forget Janikas? Indeed, but how could we ever such grace, such kindness, gone too soon? Where have all the paintings gone? Looks like there used to be a bunch in here, but now there's none. It was by order of the new queen to be, if you must know. They were taken and locked away. It was all a part of an effort to come to terms with the tragic departure of her highness. It seems more like she wants to replace her completely. What's she got against Janika anyway? Oh, 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 oh! You'll have us both detained at this rate! My goodness, in any case, who could ever replace our beloved queen? Impossible! Hm, impossible. About this flowergirl stuff. What were those things you mentioned I needed? You need a gown fit for the king and queen, and that's not to mention that footwear. And wait, 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 where are your flowers? What is a flower girl without flowers? They must be absolutely the most pristine of flowers, only the best. No foot of yours will step inside that wedding reception with anything less. Uh, sure, shouldn't be too hard, right? Hmm. Okay, I better go get my flower girl stuff then, huh? Post haste girl, enough of this nonsensical diddly dallying. There's a wedding to be held. Uh, okay. Hey, look what I found. Good, huh? Oh, goody. Now get the rest of it, so you can do your job already. Ach, ich... Is... Huh? Also, ihm scheint das große Kleid zu reichen, aber es passt ja uns nicht. Also, wenn wir den Rest hätten, dann wäre das gut. Hä? Okay. Ich mache mal etwas, was ich schon vorher die ganze Zeit machen wollte. Ich weiß nicht, die Ärmel laden irgendwie ein... Und hier? Und hier? Ich sollte etwas probieren. Hier? Oh, verdammt. Ich wollte das nur mal so probieren. Einfach mal so auf Spaß. Schlafzimmer der Prinzessin. Hm, für Ablenkung sorgen... Wäre durchaus nicht ganz uninteressant, das hier mal zu tätigen. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen mit Creme spielen können. Oh, die Creme war's. Vielleicht ist das nicht die richtige Beziehung. Hm, nein. Nichts davon sind wirklich wettbewerbsfähig. Sie scheint ein bisschen schwierig zu haben. Wieso kann ich jetzt hier rumlaufen? Well, das ist weird. Okay. Warte mal. Oh, diese sind nicht gut. Sie sind falsch. Ah, ich glaube, der Butler würde mich mit einem Plastik durchlaufen lassen. Hm, nein. Niemand von diesen sind wirklich wettbewerbsfähig. Hm. Das ist nicht die Schlafzeit. Es ist die Wettbewerbszeit. Ich weiß nicht. Ich kann nicht alles da sehen, was überhaupt nicht gut ist, wirklich. Hm. Nein, ich weiß gar nicht, was es ist. Es sieht aus, wie das, was Grandpa benutzt, um Brot zu machen. Hat sie Baking-Ingredienungen auf ihr Gesicht? Ich verstehe es nicht. Hm, nein, nicht ganz. Ähm, Entschuldigung? Hm, solltest du nicht auf der Geburt sein, um Essen zu machen? Oh. Ach, was? Well, ich war nur gefragt, weil... Es ist nicht so. Ah, ich bin niemand. Was? Oh, ähm, danke. Ich habe deine Überraschung. Können wir dir ein bisschen mit Hirnschmalz helfen? Ich habe niemanden für meine eigene Sache verhörert. Oh, verdammt. Hm, aber gut. Ähm, pfff. Können wir so einen Ballon bemalen? Dann hätten wir auch ein Gesicht für sie. Das würde ich auch machen. Oh, komm schon. Wir können die Prinzessin eins zu eins imitieren, da bin ich mir sicher. Okay, ähm, hm. Ein Plastik-Bouquet scheint offensichtlich nicht zu passen. Schade eigentlich. Hm, nein. Ich könnte sie enden, wenn ich das zu verhören, wenn ich das mache. Ach, das war doch nie das Problem, oder? Okay, äh, hier scheint irgendwas passiert zu sein, was offensichtlich das Spiel akzeptiert als Veränderung. Aber gucken wir mal, ob jetzt der Lagerraum für uns interessant wird, in der Stadt. Entschuldigung, Entschuldigung ist verhörert. Hoffentlich kann ich... Hm, okay. Dann gucken wir mal, ob wir draußen vielleicht ein Fenster finden, was dahin gehen sollte. Hey, warte mal. Ich denke, ich weiß, wo die Fenster geht. Wenn ich richtig bin. Und das ist die Fenster, die sich mit dem Veränderungsraum verhörert. Gut, und dafür haben wir die Leiter. Ah, ja, das sollte den Trick machen. Jetzt, wenn ich richtig bin. Und das ist die Fenster, die sich mit dem Veränderungsraum verhörert. Dann ist etwas wichtig, etwas, das Winfriede hat, in der Stadt verhörert. Das ist richtig drin. Okay, lasst uns einen Blick. Ja, ja, das sieht genau so aus. Ehe, hair, chin. Gut, gut. Hm, curse diese Wälder, Leute. At least, es ist nicht lange. Wenn nur diese verdammten Räume nicht so lange dauern, mit ihren Präparationen zu verhörern. Ben Eek. Hm, was war das? Uh, Ben Eek. Ben Eek. Benny. Das ist mein Name, ein bisschen. Und nicht du vergessen, Winnie. Ja, genau. Korrekt mich, wenn ich falsch bin, dann. Aber ich habe nicht gesagt, dass du zu sprechen, wenn und nur wenn du etwas zu erzählen hast, um deine Mutter zu erzählen? I promise you, I don't remember anything. I don't know anything about her protection spell. I promise. Cross my heart, if I could, that is. Aha. You'll remember long enough in here and you will tell me. Very well. Time for me to mingle with the rabble. Oh, this is bad. This is very bad. Oh, Anna. Anna, are you there? Ben, I don't believe it. I had no idea where they took you. I was so worried when you weren't in the dungeon with me. I thought, I thought... Oh, I'm fine. Winfriede hat mich direkt hier von Bundahorn. Ever since, I've just been, um, hanging around. But you, you escaped a dungeon? I sure did. But enough of that. Let me get you out. Uh, yes. Like I was saying, time to get you out, Ben. Jeez, hush. Settle down, Owl. Oh, Anna. Queen Frieda, she can hear the owl. Quick, you have to leave. Hurry. Ah.